Vielleicht ganz kurz ein paar Sätze dazu sagen, wie dieses Wahltool eingebunden war in diese virtuelle Versammlung. Das ist eine Eigenentwicklung, die die Deutsche Chorjugend mit unterstützt hat. Und eben andere Chorverbände, der Schwäbische, der Badische und die Sängerjugend NRW Nordrhein-Westfalen, haben gemeinsam ein eigenes Wahltool entwickeln lassen, mit dem jetzt eben online eine Wahl, eine Abstimmung auch geheim möglich ist. Und das ist natürlich ein wichtiger Meilenstein für uns gewesen, so eine Software zu haben, mit der wir zuverlässig auch Entscheidungsprozesse darstellen können, abbilden können, Ergebnisse produzieren können, in Sekunden schneller. Das war für alle, glaube ich, eine tolle Erfahrung, dass so eine Abstimmung richtig schnell gehen kann. Weil das ist so ein ganz wichtiger Baustein natürlich, dass wir sagen können, okay, so eine Versammlung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, wir dürfen sie und aufgrund der technischen Möglichkeiten, wir können sie jetzt auch durchführen. Das war für alle, glaube ich.